Musik Ich bin ja hier glaube ich jetzt schon mal eins Das ist zu schlecht Ok Ist das hier gut? Ach dann hole ich mir das auch hier Ähm wir wollen ja gut fahren also Luxuswagen ne war das? Der hier Mann ist ja durch Den holen wir in Ah Da ist er nicht So Sehen wir Oh Ecker Wo sind sie denn alle Ach da kommen sie jetzt langsam Oh Oh Juhu Der kommt hier nicht hoch Ne der kommt hier nicht hoch Ja schubst mich mal Schubst mich mal alle weg Einfach nur rammen bis mein Auto kaputt ist Ich hole mir gleich ein anderes Auto Der Wagen ist so schlecht Mal sehen wie er mich zuerst zerstören kann Jetzt kommen sie alle hinterher bestimmt Kura Was ist mir die denn los? Du Lappen Hopp Ah Oh heftig Krass Oh Kopfgeld Ja Ja er setzt alle Kopfgeld aufs Fisch aus Oh hier sind wir schon wieder Also weg hier Hopp Oh der brennt schon langsam äh qualmt langsam Hopp Hopp Wir wandern mal aus Wir wandern langsam mal hier Müssen wir ein Ziel haben ne Oh Gib Gas Bakura Ah Ja danke Ich rutsch Ich rutsch Ich rutsch Hilfe Hilfe Mama Du Gas Du Panna ey Oh hier sind wir falsch Gib Gas Bakura Gib Gas Ja macht mich doch kaputt Das soll ja auch so sein Das soll so sein Einfach Nur so Oh da kommt ein kleiner So schnell unterwegs Oh mein Auto ist angekommen Das kann ich mir gleich holen Dann hole ich mal mein neues Auto Und das verkaufe ich vielleicht wieder Auf die Straßen fährt das gut Aber nicht auf dem Gelände Das ist so schlecht Ist auch leider kein Overwall Wie man es auch immer nennt Ich bin hier vorbei Ich will Auto fahren Hoppala So Nicht schlecht Nicht schlecht Nicht schlecht Ich werde vielleicht wieder einen Hinweis lösen Der kommt in mein Notizbuch Notizbuch Ich hab wieder einen Hinweis gelöst Ich hab Nicht schießen Nicht schießen Nur rammen Äh ja Das ist mir auch mal vorbei Ich hab wieder einen Hinweis gelöst Ich hab wieder einen Hinweis gelöst Ich bin ziemlich schlau Mein Fahrzeug ist kaputt Wo ich neu ist Jetzt nicht mehr töten Jetzt nicht mehr Mit meinem Fahrzeug runter Nicht mehr töten Nicht mehr töten Leute Nicht mehr töten Nicht mehr töten Nicht immer umfahren Weg weg Martina Ja Äh Tod Äh Und? Ich bin tot Da 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 Ja kommt alle zu mir kuscheln Mechanica Boah wieder da fliegt Ey VN Der geht voll ab Nicht anfahren jetzt Nicht anfahren Nicht anfahren Nicht anfahren So Boah mein Fahrzeug Wo ist es denn nur Nicht anfahren Nicht töten VN Nicht töten Ah Ich bin tot Ey Was ist das denn Warum bin ich hier im Wasser Warum bin ich hier im Wasser Alter Ist mein Auto jetzt? Noch nicht gespawnt Oder was? Mechanica Das Auto ist nicht gespawnt Ja kommt davon Nein Mechanica Ich will den Mechanica reden Ich will mit ihm reden Ja Und? Mechanica 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 ist netter Jetzt haben die Cops Ah mein Fahrzeug Ah Jetzt kann ich kein Fahrzeug können Muss ich warten Lass mich mal mit Thomas Einfach zur Markierung Ganz langsam Nicht rammen Nicht rammen Nicht rammen Nicht töten Nicht töten Leute Oh hier geht das ab Einfach Markierung langsam Und Cops weg Cops weg Leute Oh ne Jetzt haben wir das schon wieder Eine Katastrophe So Ja Einmal Cops weg So kommt einfach hinterher Fahren wir nicht auf der Straße Fahren wir ruhig über die Wiese Hier hoch Los Egal wo landen Einfach über die Wiese hoch Gebirge Schön Wie wir das genießen Einfach nur genießen Schön Warte mal auf die anderen Leute Müssten die gleich kommen Juhu Ja zeig denen mal was du kannst Aber nicht lecken Ja Tür zu Bakura Ist kalt ne Schon wieder Tür zu Oh Muss ja gehen wir kommen Wo bleibt ihr alle Sind alle verschollen oder was Jetzt steckst du fest Jetzt steckst du fest Du Lappen steckst fest Ja Wie kommt man da wieder raus Wie kommt man da raus Wie kommt man da raus Okay Alles klar Das war gut So Ich glaub mein Fahrzeug ist wieder bereit Vielleicht Schauen wir mal Ich brauch mein Fahrzeug Für Mechaniker Ich hab bezahlt dich extra dafür Ah Fahr mal auf die Straße Ganz kurz Ich kann kein Fahrzeug rufen Ne Mechaniker Immer Probleme hat der Weiß nicht Dann geht er nicht ran Da will er nicht holen Weil er erst drei Minuten warten will Ah Na diese Mechaniker Machen was die wollen Ist klar Was haben wir denn da unten Ah nur ein Tunnel Fahr mal durch den Tunnel durch Ah ich brauch ein Fahrzeug Ich brauch den Eine Minute noch Kannst du durch ein Wasser fahren Zeig mir das mal Schön Halt Lass mal warten kurz Ich bin zu nah an meinem Fahrzeug Dran Ich stehe nicht Ich hab kein Fahrzeug Ich kann mein Fahrzeug nicht rufen Was ist das denn für ein Lappen hier Ah Ich kann hier kein Fahrzeug rufen Ich Ey das kann nicht wahr sein Warte mal ganz kurz Mechaniker Da Jetzt wissen Ja okay Warte Da Da Das ist geht Da Was? Da Da Untertitelung des ZDF, 2020